So, guten Morgen, Canars, RDLP hier und weiter geht's mit dem Firefighting Simulator. Ja, ich hab mal ein bisschen ein anderes Feuerwehrauto mitgenommen, weil ich hab mich im Internet informiert, wie man das Spiel hier zu spielen hat. Und ich hab jetzt ein Feuerwehrauto mit einer richtig langen Leiter dabei, weil ich hab ja jetzt schon zweimal bei der Mission mit dem Dachlöschen total versagt. Und drittes Mal wird mir das auf keinen Fall passieren hier. So, ich mach natürlich wieder die Hupe an. Ne, Quatsch, Blaulicht. Und, äh, wo war das? Martin's one? So, wir fahren da eben ganz schnell hin, weil ich will die Mission jetzt endlich mal hinter mich bringen. Was? Ja, ich will ja auch nicht während der Fahrt aus meinem Feuerwehrauto hüpfen. Ja, ich bin nicht Bruce Willis und ich drehe hier auch keinen Action-Hollywood-Film. Das passt schon. Ich glaub, ich fahr heute mal auch vernünftig da hin. Ja, in den letzten beiden Versuchen bin ich ja immer aus Versehen in den Gegenverkehr eingebogen. Und leider passiert mir das hier auch schon wieder. Ja, ich lern's einfach nicht. So, das ist natürlich hier ein Wettrennen. Ich muss meinen Kollegen da vorne einholen. Ja, es geht hier nicht darum, die Bevölkerung zu retten oder die Feuer zu löschen. Es geht darum, erster am Einsatzort zu sein, vor meinen inkompetenten Kollegen. Weil wir haben da so eine Wette am Laufen. Wer zuerst am Einsatzort ankommt von den Kollegen, die ein Feuerwehrauto fahren, der bekommt Bier ausgegeben vom halt Verliererkollegen. So, und damit er auch wirklich zu spät kommt, ran wir ihn nochmal schön weg. Ja, toll. Jetzt hab ich's total verkackt. Da komm ich schon raus. Das Bier gehört mir. So sieht's mal aus. Ah, klasse Marmelade. Zack. Kann der noch fahren? Ne, der ist offiziell hinüber. Ich brauch den sowieso nicht, den Hans. Ja, ich hab ne richtig gute Gurkentruppe am Start, wie immer. Aus Tom Kuhs und Harald und wenig meine Teammitglieder heißen da beim Startbildschirm. Ich hab die Namen leider vergessen. Was machst du denn? Der ist besoffen. Der ist ne Gefahr für die Allgemeinheit. Den schieb ich erstmal weg. Den schieb ich schön von der Straße. Ja, Feuerwehrmann zu sein, heißt nicht nur Feuer zu löschen, sondern auch darauf zu achten, dass hier keine Besoffenen rumfahren. Das ist ja wohl klar. So. Dann biegen wir mal schön ab, ohne zu bremsen natürlich. Ich mein, es geht hier um Zeit. Ja, ich glaub, heute schaff ich's. Ich hab mir wirklich jetzt einiges dazu angeguckt. Ein Video, um genau zu sein. Und da wird mir das verklickert, wie man das Dach zu löschen hat. Das kann diesmal nur was werden. Oh, hier steht ein lauter Porsche. Oh, shit, shit, shit. Ich muss abbiegen. Alter, hat der einen geilen Whirlpool. Ja, mein lieber Scholli. Falls das Wasser knapp wird, dann holen wir das mit Eimern da raus und löschen das Feuer. Gar kein Thema. Ja, die Hydranten, da kannst du dich auch nicht drauf verlassen. Beim letzten Mal war ja mein Feuerwehrauto leer gepumpt. Aber ich hab ja auch eine halbe Stunde gebraucht, um den Brand zu löschen. Obwohl ich den gar nicht gelöscht, äh, gar nicht löschen konnte ohne diese Leiter hier. So, ich bin am Start. NLP, der super Feuerwehrmann. I ist am Start. Ich muss jetzt erstmal wieder diese Opfer da retten. Ja, den braucht die Geiner. Ich kenn das hier schon auswendig. So, dann mach mal bitte die Tür auf. Ja, ein bisschen schneller. Wir werden hier nach Stunden bezahlt, ja? Na. Was heißt hier, du bist busy? Das ist fertig. Jetzt mach das da oben auf. Ja, darf ja wohl nicht wahr sein. Ein busy. Ja, mit Pause machen. Pause kannst du später nach dem Einsatz machen. Sehr gut. Ja, du hast es schon mal gesagt. Ich hab's begriffen. Ich bin nicht begriffsstutzig. Danke. Jetzt hol dir mal einen Feuerwehrschlauch und mach hier was für dein Geld. Ja, das geht nämlich auch. Das habe ich in dem Video gesehen. Wer ist der absolute Profi. Äh, das sieht hier aber nicht ganz koscher aus. Wieso kommt denn da Glut hervor? Oh, toll. Klasse. Äh, ich wusste es, dass es sowas passiert womöglich. Aber ich wollte einfach, ich wollte es einfach ausprobieren. Ich war zu neugierig. Ja, klasse. Wehe, ich muss jetzt nochmal da hinfahren. Bitte nicht. Das wäre es mir jetzt nicht wert gewesen. Ja, Gott sei Dank. Äh. Muss ich jetzt den ganzen Gerütze nochmal machen? Ja, das muss ich natürlich nochmal machen. Ja, mach mal hin mir jetzt. Mann, treht doch auf ihn, Rambo. Mein Gott, da will er erstmal das Schloss knacken. Jetzt ist er wieder... Jetzt ist er wieder busy und was nicht alles. Ja, er macht in zwei Sekunden die Tür auf und will dann direkt Urlaub machen. Ja, das sind Kollegen, die kannst du echt nicht gebrauchen hier. So, die laufen jetzt nicht nach oben. Ich mache erstmal den Strom aus. Hier, du Hans, da kannst du ja... Warte mal. Dann hol dir schon mal einen Feuerwehrschlauch. Bevor du hier nur in der Gegend rumstehst. Zack. Wir machen jetzt einen Speedrun hier. Ich sehe es gar nicht mehr ein, hier jedes Mal 20.000 Jahre zu brauchen, um mein Feuer zu löschen. So, er hat... Wo läufst du denn hin? Ja, ist egal. Hauptsache, du machst irgendetwas. Hauptsache, du siehst beschäftigt aus. Halbes Leben weg. Ja, du sollst mir nicht folgen. Jetzt löscht das Feuer hier. Die können auch nichts alleine. Wo wurden die denn ausgebildet? Ja, das hat doch nichts mit Team zu tun, wenn du die ganze Zeit Anweisungen geben musst. Ja, die bräuchten ja eine Anweisung, um aufs Klo zu gehen. Die können ja gar nichts alleine. Die muss sich ja ans Atmen erinnern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Die Opfer sind gerettet. Wo ist der andere Hans jetzt? Du sollst mich nicht den Rücken frei halten. Du sollst Feuer löschen. Das kann ich gleich alleine machen. So, dann machen wir mal Fahrzeugstützen. Dann Leiter, wo war das? Ne, Leiter hochklettern war das nicht. Das war... Ich habe richtig geguckt, wie das geht. Ja, so muss das aussehen. Zack. Und Leiter ausfahren war, glaube ich, auf R. Ja, sehr gut. Ja, jetzt steht er nicht wie der letzte Hans. Mach doch was. Oh mein Gott. Der ist so inkompetent. Zieht euch das rein. Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Der macht ja gar nichts. Für sein Geld. Hallo. Deine Kollegen löschen schon. Jetzt geht er mal hinten hin. Ja, Sir. Das darf doch nicht wahr sein. Den werde ich auf keinen Fall nach dem Feierabend auf ein Bier einladen. Da kann er mal von ausgehen. Nicht Leiter hochklettern, Leiter steuern. Komm schon. Hier. Zack. Jetzt geht's ab. Ja, so geht das nämlich, Leute. So geht das. Jetzt ist das easy kein Problem mehr. Sehr gut. So, müsste eigentlich schon fast gelöscht sein. Ne, noch nicht ganz. Hier muss noch was. Da ist noch ein bisschen Glut. Da ist auch noch ein bisschen was. Das auch noch was. Oh mein Gott. So, da hinten muss ich noch löschen. Mann, das mal ganz vorsichtig hier. Anscheinend habe ich es geparkt. Ja, das müsste passen. So, Kollegen. Dann steht hier mal nicht wie der letzte Hans rum. Dann löschen wir auf der anderen Seite. Ah, diesmal wird das was, Leute. Ich kann das schon spüren, wie wir diesen Einsatz packen. Ah, klasse. Kommt jetzt. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will da auch nochmal in die Badewanne. Im Feierabend. Kann ich mir ja schon mal einen Schlauch besorgen. Ja, wenn die blinken, das bedeutet nämlich nicht, dass die kein Wasser mehr haben. Das bedeutet nur, dass sie keine Aufgabe mehr haben, weil diese Seite jetzt schon gelöscht war. Und dann wissen sie nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen und was nicht alles. So, dann hole ich mir erstmal einen Schlauch. Ho, ho, ho. Zack. Dann klemmen wir den an. Ist hier noch was frei? Sehr gut. Zack. Da brauche ich noch so einen Dingsterbumster. Ähm. Wo ist denn das? Ich brauche keinen Feuerlöscher. Ich brauche kein Brecheisen. Ich brauche... Hä? What the fuck, Mann? Ich brauche... Ich brauche keine Kreissägel. Wow, hier gibt es einfach nichts mehr. Hallo, ich brauche so einen Dingsterbumster. Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Ne, das ist auch falsch. Stahlrohr, hier. Ah. Zack. Ich glaube, die sind schon fast fertig. Das Dach ist, glaube ich, gelöscht gleich. Ja, das Dach ist gelöscht. Mein Team hat schon alles geschafft. Sehr gut. Da muss ich nicht so viel Krimskrams machen hier. Ah, jetzt... Jetzt fängt das Spiel schon wieder an zu laggen. Das ist jedes Mal bei dieser Szene. Ich verstehe das nicht. Kann ich das auch so kaputt machen? Von welcher Seite sollen wir da jetzt rein? Was wäre jetzt schlau? Egal, ich spiele das jetzt so fertig. Wenn das Spiel hier so blöd sein will, ja, dann kommt doch hierher. Ja, komm. Was? Nein, du sollst das fertig machen. Ich wollte nur die drei Leute hierher holen, weil das Spiel immer lag, wenn das Feuer da gelöscht ist. Ja, jetzt geht's wieder. Merkt ihr das? Dann lag das komischerweise. Wo läuft der denn jetzt hin? Jetzt hat er komplett den Verstand verloren. Jetzt lag das wieder, weil die keine Aufgabe haben. Mach das da oben. Komm, komm. Wir gehen von oben rein. Das passt schon. Ganz toll. Willst du jetzt eine Medaille? Sag, ich fange schon mal an, Kollegen. Auf euch kann ja wieder keines erwarten hier. Sag, sehr gut. Ist er jetzt auch fertig da? Dann sollst du hier mal hochkommen. Damit es hier mal ein bisschen schneller verstanden geht. Ich will jetzt nicht wirklich einen Feierabend. Oh, das dauert ja ewig. Dieses Spiel macht mir einfach... Nein, nein, nein. Nicht ablegen. Du sollst durchs Fenster klettern. Boah, ich bin fast verreckt. Das muss ein bisschen vorsichtiger sein. Wie kann es eigentlich sein, dass meine Kollegen im Feuer stehen können und sobald ich hier ein bisschen Feuer abbekomme, bin ich direkt am Verrecken. Ich dachte, ich habe so einen krassen Schutzpanzer von Feuer für Feuer. Nichts habe ich. Schnelle Missionen sind abgelaufen. Ja, ich will jetzt kein Speedrunnen legen. Naja, eigentlich schon, aber das wird sowieso nichts mehr. Das passt schon. Ja, die Gardinen brennen wieder Licht, hallo. Die schönen Victoria's Secret Gardinen. Es ist ein Trauerspiel jedes Mal. Nein, nein, nein. Du sollst... Ich habe die Taste nicht mal gedrückt. Er will das Werkzeug ablegen. Ja, Team, könnt ihr ein bisschen was machen. Könnt ihr wenigstens so tun, als ob ihr arbeiten wollt. Oh. Ja, das Spiel könnte aber ruhig ein bisschen mehr Abwechslung vertragen. Also klar, es ist nicht jedes Mal dieselbe Mission am Anfang. Jetzt muss ich zum Beispiel ein Dach löschen, statt eine Garage oder einen Tannenbaum. Aber ansonsten, sobald du das fertig hast, ist das eigentlich immer dasselbe. Das finde ich ein bisschen schade. Oh man, das schöne Bett. Da müssen die wohl ab jetzt im Garten schlafen. Campen vom eigenen Haus, was niedergebrannt ist. Da freuen sie sich mit Sicherheit. So. Oh mein Gott, hier bricht ja alles zusammen. Gute Leistung, Erde. Ihr wart scheiße, liebe Teamkollegen. Ah. Jetzt können wir ruhig überspringen. Das juckt mich nicht. Ich muss jetzt nicht angucken, wie wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen hier. Ja, alles nur Mittel. Das ist ein absoluter Witz. So, dann will ich mal gucken, was die nächste Mission ist. Ja, ich bin auch noch lange nicht durch. Noch lange nicht. Guck mal, wie viele Missionen es noch gibt. Boah, ich weiß nicht, ob ich das Spiel noch ewig spiele. Vorsicht, heiß und fettig. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, rdlp. Da mache ich zukünftig hoffentlich zwei Missionen pro Video oder so. Mal gucken. Bis dann.